Also, Vicky, wie und was und womit ist mir und den Männern ganz morsch, nur mach irgendwas. Na klar, so machen wir's. Und das klappt bestimmt auch. Klein, aber clever. So kennen wir ihn. Ja, das ist mein Sohn. Na, gleich werdet ihr was erleben. Stürz, hinterher! Mit Vicky an Bord bestehen die Männer von Flake jedes Abenteuer und finden immer zurück nach Hause. Hallo! Denn seine Ideen sind einfach die größten. Vicky, heute 17.50 Uhr auf Junior.